Musik 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 Das Update zu Samys Young, langjährigen Partner Docks & Tiger Die haben nämlich jetzt was richtig cooles rausgebracht Simi, darf ich mal Ihr kennt ja die puren Hähnchenstücke also die Würfel Die gibt es jetzt auch als Lachs Version Und natürlich mit Schnittchen 15 könnt ihr da darauf auch Rabatt bekommen Und die sind halt super zum Spielen aber auch für aus Futter drauf Wie gesagt, einmal zum Spielen super Kann man halt als Belohnung nehmen oder einfach so mal für zwischendurch Wenn die kleinen Racker dann mal lieb waren Kann man die ganz gut werfen Die kann man jetzt auch deutlich besser werfen Die Hähnchen, die sind etwas kleiner die Stücke Die fliegen dann nicht ganz so weit, weil die halt nicht so viel Gewicht haben Aber die Lackstücke Das sind schon richtige richtige Brocken Und die kann man dann auch richtig richtig gut werfen Und das macht natürlich dann nochmal für den Simi mehr Spaß damit zu spielen Und Boah, mega gefangen Das ist einfach Echt gutes Futter Super hoher Fleischanteil Ohne Getreide Ohne Zusätze Und einfach Ja, kein Müll Da ist halt noch richtig geile Sachen drin Und Das Ganze kann man halt auch toppen mit dem hier Und mit den gefriergetrockneten Lackstreifen kann man halt fast wie bei uns mit ein bisschen Petersilie das Ganze nochmal richtig schick anrichten Und das Ganze sieht nicht nur schick aus sondern Macht doch Bock zu essen Ähm Denn gerade durch die durch die gefriergetrockneten Stücke die wir da immer drauf machen ist dann immer so der Fressstart Weil Simi halt ein bisschen fressfaul ist Ähm Und deshalb glaube ich auch immer gerne was liegen lässt Ähm Das Futter ist halt gut Aber ich glaube wenn man das dann noch so damit top dann haben sie nochmal mehr Bock loszulegen und auch aufzuessen Und das ist halt echt gut Wird kein Futter verschwendet Und Simi hat die Kraft für den Tag um im Garten zu spielen dass die Futter ��le die die vor b die die neu die 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 Vielen Dank.